Hallo, schön, dass du da bist. Ich bin Verena und heute habe ich wieder eine ganze 60-minütige Yoga-Klasse für dich. Der Stil ist ein Power-Vinyasa-Flow, aber ohne irgendwelche verrückten Armbalancen oder verdrehten Haltungen, sondern wirklich vom Schwierigkeitsgrad für alle machbar. Und ja, du brauchst wie immer nichts außer deiner Yogamatte. Wenn du den Kanal noch nicht abonniert hast, klick kurz auf Abonnieren, um meinen Kanal kostenlos zu unterstützen. Und dann würde ich sagen, legen wir auch schon los. Ich wünsche dir ganz viel Spaß. Wir beginnen im Schneidersitz. Setz dich gern etwas erhöht auf einen Yoga-Klotz. Finde eine aufrechte und bequeme Position. Und dann mit der Einatmung roll die Schultern einmal über vorn nach oben zu den Ohren. Und mit der Ausatmung über hinten wieder nach unten. Sehr schön. Leg die Hände entspannt auf deinen Knien, den Oberschenkeln ab. Handflächen schauen nach oben oder unten. Je nachdem, was sich jetzt gerade angenehmer anfühlt. Und dann schließ deine Augen. Schenk dir diesen Moment ganz für dich, um hier bei dir auf der Matte anzukommen. Und dann atme einmal tief, tief ein durch die Nase. Füll Brust und Bauch mit Sauerstoff. Und ausatmen durch den Mund. Werde leer. Nochmal so tief, tief ein durch die Nase. Und vollständig durch den Mund wieder aus. Das Nabel zieht nach innen. Letztes Mal. Einatmen. Und ausatmen. Wunderbar. Lass den Atem los. Lass ihn ganz natürlich weiter fließen. Und dann. Und dann richte deine Aufmerksamkeit ganz auf deine Haltung. Finde über die Kopfkrone, den Nacken mehr Länge und Aufrichtung. Nimm deinen Kinn leicht zur Brust. Lass die Schultern weich an den Seiten nach unten sinken. Entspann die Arme, deine Beine. Und spür die Verwurzelung deiner Beckenknochen satt im Boden. Und spür die Verwurzelung deiner Beckenknochen satt im Boden. Und dann bring die Hände vor deinem Herzen aneinander. Und setz dir hier eine Intention für deine heutige Yoga-Praxis. Worauf möchtest du heute deinen Fokus richten? Versiegel die Intention mit einem Lächeln. Und öffne sanft deine Augen. Wir beginnen heute im Stehen. Komm dafür nach oben an den Anfang deiner Matte. Füße sind hüftschmal auseinander. Schieb dein Steißbein leicht nach vorn. Becken ist leicht gekippt. Und dann mit der Einatmung heb die Arme kraftvoll über die Seiten nach oben zur Decke. Ganz starke Arme. Und ausatmen. Beug dich aus der Hüfte heraus mit langem unteren Rücken nach unten in die ganze Vorbeuge. Einatmen. Halbe Vorbeuge. Langer Rücken. Hände gern an den Schienbeinen. Ausatmen. Ganze. Knie gern leicht gebeugt. Nochmal so. Einatmen. Länge. Halbe Vorbeuge. Und ausatmen. Gib nach. Ganze Vorbeuge. Lass den Kopf schwer hängen. Mach hier ein paar Ja-Ja-Nein-Nein-Bewegungen. Atme tief ein. Und lösen wieder aus. Lass los. Sehr schön. Platzier nun die rechte Hand mittig vor dir auf der Matte. Streck dein linkes Bein. Rechtes Knie gebeugt. Und dreh dich mit dem linken Arm nach oben auf in den Twist. Ein. Finde mehr Länge über die Fingerspitzen zur Decke. Aus. Dreh dich mit dem Oberkörper mehr auf. Ein. Aus. Linke Hand zurück zur Matte. Andere Seite. Platzier nun die linke Hand mittig unter deinem Gesicht. Rechtes Bein gestreckt. Linkes gebeugt. Atme ein. Dreh dich auf nach rechts. Rechte Arm zieht zur Decke. Easy Twist. Nochmal ein hier. Und ausatmen. Rechte Hand zurück zur Matte. Einatmen. Halbe Vorbeuge. Langer Rücken. Ausatmen. Ganze. Lass dich hängen. Ein. Schieb die Füße in die Matte. Roll dich Wirbel für Wirbel nach oben auf. Nimm die Schultern zurück. Roll den Kopf nach oben. Arme zur Decke. Und ausatmen. Tadasana. Hände zu den Seiten. Einatmen. Arme zur Decke. Ausatmen. Fließ nach unten. Uttanasana. Einatmen. Halbe Vorbeuge. Ausatmen. Tritt zurück in die Plank. Yogi Liegestütz. Einatmen. Hier. Länge. Aus. Senk über Knie, Brust und Kinn auf die Matte ab. Einschlängel dich nach vorne in die kleine Kobra. Nimm die Schultern zurück. Ausatmen. Schieb dich in den herabschauenden Hund. Wunderbar. Lass die Knie hier gern noch etwas gebeugt. Po schieb weit nach hinten und oben raus für ganz viel Länge in deinem Rücken. Und dann atme ein. Beug die Knie. Ausatmen. Komm an den Anfang deiner Matte. Einatmen. Halbe Vorbeuge. Ausatmen. Ganze. Einschieb die Füße in die Matte. Richte dich nach oben auf. Arme zur Decke. Und ausatmen. Direkt wieder nach unten abtauchen. Uttanasana. Einatmen. Halbe Vorbeuge. Ausatmen. Tritt zurück in die Plank. Einatmen. Hier. Ausatmen. Über Knie, Brust und Kinn auf die Matte absenken. Einatmen. Einatmen. Schultern zurück. Kleine Cobra. Ausatmen. Kinn zur Brust. Herabschauender Hund. Sehr schön. Zwei Atemzüge hier. Tief ein. Und aus. Ganz viel Länge im Rücken. Genau. Ein. Und aus. Mit der nächsten Einatmung beugt die Knie. Blick nach vorn. Aus. Kommen an den Anfang deiner Matte. Ein. Halbe Vorbeuge. Ausatmen. Ganze. Einatmen. Richte dich nach oben auf. Arme zur Decke. Und ausatmen. Direkt wieder nach unten in die ganze Vorbeuge. Einatmen. Halbe. Ausatmen. Tritt zurück in die Plank. Einatmen. Finde Länge. Bauch ist fest. Aus über Knie, Brust und Kinn zur Matte absenken. Einatmen. Einatmen nochmal in die kleine Kobra. Ausatmen. Zurück in den herabschauenden Hund. Sehr schön. Und dann schieb dir den Po weit nach hinten und oben raus. Beug einmal dein linkes Bein und schieb die rechte Ferse kraftvoll zur Matte. Schau unter der rechten Achsel unten durch und dreh dich hier leicht auf. Genau. Und dann wechsel einmal auf die andere Seite, beug dein rechtes Bein und schieb die linke Ferse zum Boden. Dreh dich leicht auf nach links und atme in die Dehnung deiner linken Beinrückseite hinein. Komm zurück zur Mitte. Wenn du möchtest, schieb kurz die Fersen abwechselnd in die Matte. Walk the dog. Und dann finde zum Stillstand. Atme ein, schieb dich nach vorne in die Plank. Hände direkt unter den Schultern aufgestellt. Und dann kreis hier über deine Handgelenke in der Plank erst in die eine Richtung. Bauch bleibt ganz fest. Pose in einer Linie mit deinen Beinen. Und dann wechsel einmal in die andere Richtung. Sei hier ganz achtsam und vorsichtig. Und dann pendel dich wieder in der Mitte ein. Atme tief ein. Länge. Ausatmen. Chaturanga Dandasana. Einatmen. Abdog. Schultern zurück. Herz heben. Ausatmen. Herabschauender Hund. Direkt weiter. Mit der Einatmung heb dein rechtes Bein. Lang nach oben. Dreibeiniger Hund. Ausatmen. Halte hier. Linke Ferse schiebt in die Matte. Einatmen. Öffne die Hüfte. Ausbeug dein rechtes Bein. Und lass den Fuß nach außen fallen. Achte darauf, dass dein Oberkörper parallel zur Matte ausgerichtet bleibt. Sich nicht nach rechts aufdreht. Und schieb die linke Ferse weiter in die Matte. Genau. Mit der nächsten Einatmung komm auf die linken Zehenspitzen. Ausatmen. Bring dein rechtes Knie nach vorn zur Brust. Ein. Hier. Aus. Platziere den rechten Fuß zwischen deinen Händen auf der Matte. Linkes Knie geerdet. Linken Zehen umgeklappt. Einatmen. Schwing die Arme nach oben. Ausatmen. Setz dich tief. Low Lunge. Anjaneyasana. Wenn du möchtest, kreise hier etwas deine Handgelenke in die eine, in die andere Richtung. Lock alles auf. Und dann Achtung von hier aus. Hebe nun dein linkes Knie von der Matte ab. Und finde in den Krieger 1 Variante linke Ferse umgeklappt. Schultern sind weg von den Ohren. Rechtes Knie über rechtem Fußgelenk ausgerichtet. Einatmen hier. Ausatmen. Bring die Hände zur Matte und tritt zurück in den herabschauenden Hund. Dein Vinyasa. Mit der Einatmung rollen nach vorne in die Plank. Ausatmen. Dein Weg nach unten. Einatmen. Cobra oder Updog. Ausatmen. Herabschauender Hund. Sehr schön. Alles auf der anderen Seite. Hebe mit der Einatmung dein linkes Bein nach oben. Ausatmen. Ausatmen. Halte hier. Länge in der rechten Wade. Ein. Öffne die linke Hüfte. Ausatmen. Beug dein linkes Bein und lass den Fuß nach außen fallen. Auch hier achte darauf, den Oberkörper nicht aufzudrehen, sondern lass ihn parallel zur Matte ausgerichtet. Atme in die Öffnung deiner Hüfte hinein. Und mit der nächsten Einatmung komm auf die rechten Zehenspitzen. Ausatmen. Bring dein linkes Knie über außen nach vorn zur Brust. Bauch aktiv. Einatmen. Hier. Aus. Platziere den linken Fuß zwischen deinen Händen. Rechtes Knie geerdet. Rechten Zehen umgeklappt. Einatmen. Heb die Arme nach oben. Ausatmen. Low lunge. Lass die Hüfte nach unten sinken. Auch hier, wenn du möchtest, kurz die Handgelenke kreisen. Alles auflockern. Und dann streck dein rechtes Bein. Hebe dein Knie von der Matte ab und finde in den Krieger 1 Variante. Schieb die rechte Ferse aktiv zurück. Einatmen. Hier. Und ausatmen. Bring die Hände nach unten zur Matte. Tritt in den herabschauenden Hund. Einatmen. Beug die Knie. Ausatmen. Tritt oder Springen an den Anfang deiner Matte. Einatmen. Halbe Vorbeuge. Ausatmen. Ganze. Einatmen. Schieb die Füße in die Matte. Richte dich nach oben auf. Arme zur Decke. Ausatmen. Tadastana. Berghaltung. Sehr schön. Einatmen. Arme nach oben. Ausatmen. Tauch ab. Ganze Vorbeuge. Einatmen. Halbe. Ausatmen. Tritt zurück in die Plank. Einatmen. Länge. Ausatmen. Chaturanga Dandasana. Ein. Abdoch. Und mit der Ausatmung schieb dich in den herabschauenden Hund. Einatmen. Heb dein rechtes Bein lang nach oben. Ausatmen. Rechtes Knie direkt nach vorn zum linken Oberarm. Dreh dich auf. Genau. Einatmen. Und schieb dich zurück. Dreibeiniger Hund. Ausatmen. Zum rechten Oberarm. Bis zur Achsel. Einatmen. Dreibeiniger Hund. Strecken. Ausatmen. Knie zur Brust. Halte hier mit der Einatmung. Ausatmen. Rechter Fuß zur Matte. Sehr gut. Achtung. Mit der Einatmung roll die Schultern zurück. Streck die Arme lang nach hinten für die Airplane. Dein Kopf und dein Nacken ziehen dich lang nach vorn, während die linke Ferse nach hinten schiebt. Löse den Bauch von deinen Oberschenkeln, saug den Nabel ein und halte hier, ohne dich auf deinem rechten Oberschenkel abzulegen. Genau. Deine Fingerspitzen ziehen ganz aktiv zurück. Schultern sind weg von den Ohren. Und dann atme hier nochmal tief ein. Ausatmen. Dann kurbel dich auf. Krieger 2. Setz dich tief und schieb die linke Fußaußenkante aktiv in die Matte. Sehr schön. Und dann drehe hier die rechte Handfläche nach oben. Zieh dich mit der nächsten Einatmung lang nach vorn. Ausatmen. Ausatmen. Lehn dich zurück mit langer rechter Flanke in den Reverse Warrior. Einatmen hier. Und ausatmen. Finde zurück zur Mitte und streck dein rechtes Bein. Für Trikunasana zieh dich mit der Einatmung nochmal lang nach vorn. Schieb die Hüfte etwas zurück. Ausatmen. Ausatmen. Rechte Hand an rechtem Schienbein. Linke Arm zieh dich lang nach oben zur Decke. Achte darauf, mit dem Oberkörper hier nicht einzusacken, sondern öffne dich nach oben und lehn dich etwas zurück, als hättest du eine Wand zum Anlehnen hinter dir. Dein Bauch ist aktiv und trägt ganz stark deinen Oberkörper. Halt dich hier noch für einen Moment. Und dann von hier aus beug dein rechtes Bein und bring die rechte Hand an der Innenseite des rechten Fußes auf die Matte. Alternativ kannst du dich hier mit der Hand auf einem Block abstützen. Dein linker Arm zieh dich weiterhin lang nach oben, dreh dich auf mit dem Oberkörper und schieb die linke Fußaußenkante weiterhin aktiv in die Matte. Genau. Und dann für den Halbmond wandere nun mit der rechten Hand weiter nach vorn, bring den linken Fuß gern näher zu dir ran und dann heb dein linkes Bein vom Boden ab, öffne die Hüfte und spann dich auf im Oberkörper. Die linke Schulter ist nach oben zur Decke geöffnet, die linken Fingerspitzen ziehen dich hoch und flex den linken Fuß. Sehr schön. Wenn du dich stabil fühlst, kannst du gern versuchen, die rechte Hand vom Boden zu lösen. Spiel hier etwas mit der Balance. Wenn du noch mehr willst, leg den rechten Daumen an dein Herz. Finde dabei einen Punkt vor dir, der sich nicht bewegt, um besseres Gleichgewicht zu halten. Dann langsam bring eine Hand nach der anderen wieder zur Matte, schließ die Hüfte und tritt zurück in den herabschauenden Hund. Einatmen, schieb dich nach vorn in die Plank. Ausatmen, Chaturanga, Dandasana. Einatmen, Up Dog, Schultern zurück. Ausatmen, herabschauende Hund. Einatmen, Zuck hier tief ein. Und aus. Alles auf der linken Seite. Mit der Einatmung heb dein linkes Bein lang nach oben. Ausatmen, linkes Knie zum rechten Oberarm. Dreh dich auf. Einatmen, Strecken. Ausatmen zum linken Oberarm. Genau. Einatmen, dreibeiniger Hund. Und ausatmen, Knie zur Nase. Halt hier mit der Einatmung. Ausatmen, linker Fuß zur Matte. Für die Airplane auf dieser Seite, roll mit der Einatmung die Schultern zurück. Gib den Bauch vom Oberschenkel ab. Rechte Ferse schiebt kraftvoll nach hinten. Und die Finger ziehen dich lang zurück. Dein Kopf und der Nacken ziehen dich gleichzeitig nach vorn. Nimm die Schultern weg von den Ohren. Bauch ganz aktiv. Schenk dir ein Lächeln. Auch wenn es gerade anstrengend ist. Atme nochmal tief ein. Ausatmen, kurbel dich auf in den Krieger, deine Kriegerin 2. Sehr schön. Schieb die rechte Fußaußenkante in die Matte hinein. Arme ziehen dich nach vorn und hinten auseinander. Spann den Bauch an. Halt hier. Halt hier. Ausatmen, zieh dich nochmal lang nach vorn. Hüfte schiebt etwas zurück. Ausatmen, linke Hand an die Innenseite des linken Schienbeins. Rechte Hand zieh dich lang nach oben. Stapel die Schultern aufeinander. Bauch ist ganz fest und trägt hier deinen Oberkörper. Öffne die rechte Schulter mehr zur Decke und lehn dich auch hier mit dem Oberkörper etwas zurück, wie an eine Wand hinter dir. Halte für einen Moment. Und dann für den gestreckten Seitwinkel beug vorsichtig dein linkes Bein. Bring die linke Hand neben deinen linken Fuß zur Matte. Auch hier gern wieder auf einem Block abgestützt. Integriere den Po in die Linie deiner Beine. Lass ihn nicht nach hinten ausbüchsen. Und zieh dich auch hier über die Fingerspitzen ganz lang nach oben. Genau. Ich weiß, mein Oberschenkel brennt genauso wie deine. Halte durch. Letzter Atemzug hier ein und aus. Dann wandere für den Halbmond mit der linken Hand weiter nach vorn. Bring den rechten Fuß näher zu dir ran. Heb dein rechtes Bein. Flex den rechten Fuß. Öffne die Hüfte, den Oberkörper. Finde Stabilität und Leichtigkeit in deinem Halbmond, deiner Balancehaltung. Wenn du mehr willst, kannst du auch hier gern die linke Hand vom Boden lösen. Falls du eine Herausforderung heute suchst. Vielleicht sogar den Daumen an dein Herz legen. Oder bleib so. Finde deine Variante. Mach hier deine Yoga-Praxis daraus. Dann löst langsam wieder auf. Schließt die Hüfte, beide Hände zur Matte und tritt in den herabschauenden Hund. Ein Vinyasa. Einatmen. Schieb dich in die Plank. Ausatmen. Chaturanga. Dann dasana. Einatmen. Updog. Ausatmen. Herabschauender Hund. Sehr schön. Ein, zwei tiefe Atemzüge hier. Ein. Und aus. Po schieb weit nach hinten für ganz viel Länge im Rücken. Ein. Und aus. Ein, beug die Knie. Austritt oder spring an den Anfang deiner Matte. Einatmen. Halbe Vorbeuge. Langer Rücken. Ausatmen. Ganze. Ein. Richte dich nach oben auf in den Stand. Ausatmen. Tadastana. Berghaltung. Sehr gut. Und dann bring nun deine Füße enger aneinander. Großen Zehen berühren sich. Schieb dein Steißbein leicht nach vorn. Ganz aufrechte Haltung. Und für den Stuhl schwing mit der Einatmung die Arme über unten nach vorn. Ausatmen. Setz dich tief. Po schieb weit nach hinten und unten raus. Zieh den Nabel nach innen, um nicht ins Hohlkreuz zu fallen. Nimm die Schultern weg von den Ohren. Und dann setz dich mit dem Po noch ein Stückchen tiefer. Genau. Mit der nächsten Einatmung komm auf die Zehenspitzen. Finde die Balance. Halte hier Bauch aktiv. Atme hier tief, tief ein. Und ausatmen. Und dann löse auf ganze Vorbeuge. Einatmen. Halbe. Herz zieh dich nach vorn. Ausatmen. Trittet springt zurück. Chaturanga Dandasana. Einatmen. Updog. Ausatmen. Herabschauender Hund. Direkt weiter. Einatmen. Heb dein rechtes Bein lang nach oben. Ausatmen. Rechtes Knie zum linken Oberarm. Einatmen. Strecken. Ausatmen. Zum rechten Oberarm. Sehr gut. Ein. Noch mal strecken. Ausatmen. Knie zur Nase. Halte hier. Ein. Aus. Rechter Fuß zur Matte. Achtung. Mit der Einatmung kurbel dich nun mit den Armen direkt nach oben auf. Und setz dich in deinen Krieger 1 Variante. Linke Ferse gehoben. Sehr schön. Bring nun die Hände vor deinem Herzen aneinander. Mit der Einatmung lehn dich mit langem Rücken nach vorn. Linke Ferse schieb weiterhin zurück. Ausatmen. Twister auf nach rechts. Linker Ellbogen an rechter Knieaußenseite. Genau. Schieb die Handflächen kraftvoll aufeinander. Baue richtig Spannung auf und komm so noch mehr in den Twist. Und dann von hier aus streck nun die Arme nach oben und unten aus. Zieh dich über die rechte Hand nach oben und komm so in den gedrehten Krieger. Sehr gut. Wenn dein rechter Oberschenkel jetzt anfängt zu brennen, das ist ein gutes Zeichen. Mein Oberschenkel brennt auch. Einatmen. Zieh dich über die linke Hand lang nach vorn. Ausatmen. Lehn dich zurück. Gedrehter Reverse Warrior. Ein hier. Ausatmen. Komm nach vorn in den gedrehten Halbmond. Linke Hand zum Boden. Rechter Arm. Zieh dich zur Decke und dreh die rechte Schulter richtig nach oben auf. Genau. Saug den Nabel ein. Dreh den linken kleinen Zeh etwas nach innen und halt dich hier. Atme. Letzter Atemzug. Tief ein. Ausatmen. Tritt mit links zurück. Bring dein linkes Knie zur Matte. Und dann lehn dich hier nochmal zurück, ganz viel weiter im Brust- und Herzraum. Rechte Hand auf linkem Oberschenkel. Genau. Ein hier. Ausatmen. Bring die Hände nach vorn und tritt in den herabschauenden Hund. Einatmen. Schieb dich in die Plank. Ausatmen. Dreh dich nun auf die rechte Seite für die Side Plank. Linken Fingerspitzen ziehen zur Decke. Hebe dein linkes Bein angewinkelt an. Halte für einen Moment. Und dann bring den linken Fuß hinter dir zur Matte. Senk die Hüfte nach unten ab. Und spann dich auf in dein Wild Thing. Sehr schön. Atme in den Raum, die Weite in deinem Brustkorb hinein. Und dann finde langsam wieder zurück in den herabschauenden Hund. Atme hier nochmal tief ein. Lösend wieder aus. Nochmal so tief ein. Und aus. Weiter geht's. Mit der Einatmung heb dein linkes Bein nach oben an. Ausatmen. Linkes Knie zum rechten Oberarm. Einatmen. Dreimeiniger Hund. Ausatmen. Zum linken Oberarm. Genau. Einatmen. Strecken. Ausatmen. Knie zur Nase. Ein hier. Aus. Platzier den Fuß zwischen deinen Händen. Und kurbel dich mit den Armen nach oben auf. Setz dich in den Krieger 1 Variante mit der rechten Ferse gehoben. Sehr schön. Und dann bring auch hier die Hände vor deinem Herzen aneinander. Atme ein. Lehn dich mit langem Rücken nach vorn. Ausatmen. Dreh dich auf nach links. Rechter Ellbogen nun an linker Knieaußenseite. Auch hier schieb die Handflächen kraftvoll aufeinander. Baue richtig Spannung auf. Und drehe dich so noch mehr auf in den Twist. Und dann langsam streck die Arme nach oben und unten auseinander. Und richte dich nach oben auf in den gedrehten Krieger. Sehr schön. Mit der nächsten Einatmung zieh dich über die rechte Hand lang nach vorn. Ausatmen. Lehn dich zurück. Gedrehter Reverse Warrior. Ein hier. Und ausatmen. Bring die rechte Hand nach vorn zum Boden. Taps mit dem rechten Fuß näher zu dir ran. Und dann heb dein rechtes Bein für den gedrehten Halbmund auf dieser Seite vom Boden ab. Die linken Fingerspitzen ziehen dich zur Decke. Dreh die linke Schulter, den Oberkörper so mehr auf. Und schieb die rechte Ferse kraftvoll nach hinten von dir weg. Halte hier. Atme nochmal tief ein. Ausatmen. Bring den rechten Fuß nach hinten. Erde dein rechtes Knie. Linke Hand auf dem rechten Oberschenkel. Und lehn dich mit dem rechten Arm zurück. Spann dich nochmal auf. Genau. Ein hier. Ausatmen. Bring die rechte Hand nach vorn zur Matte. Und dann tritt zurück in den herabschauenden Hund. Einatmen. Und schieb dich nach vorn in die Plank. Einatmen. Und schieb dich nach vorn in die Plank. Ausatmen. Komm auf die linke Seite für die Side Plank. Rechter Arm zur Decke. Schieb die Hüfte nach oben vom Boden weg. Heb dein rechtes Bein angewinkelt an. Halte hier für einen Moment. Und dann sink den rechten Fuß hinter dir nach unten ab. Und spann dich auf in Wild Thing. Die Rockstar Pose. Sehr schön. Und finde langsam wieder zurück in den herabschauenden Hund. Und von hier aus bring die Knie zur Matte. Komm für einen Moment in die Child's Pose. Stirn zum Boden. Und die Arme seitlich an deinem Körper. Schenke dir diese kleine Pause, um nachzuspüren. Und dein Bewusstsein wieder ganz auf einen ruhigeren und tiefen Atem zu richten. Und langsam richte dich wieder nach oben auf. Bring die Hände vor dich auf die Matte. Und schieb dich in den herabschauenden Hund. Wir haben nun noch eine allerletzte kurze Sequenz vor uns. Und danach wird es nur noch entspannter. Hebe mit der Einatmung dein rechtes Bein lang nach oben. Ausatmen. Tritt mit rechts direkt nach vorn zwischen deine Hände. Roll mit der Einatmung die Schultern zurück für die Airplane Position. Saug den Nabel ein. Fingerspitzen ziehen dich zurück. Und von hier aus verlagere dein Gewicht mehr und mehr ins rechte Bein. Heb ab. Und flieg in den Krieger 3. Dreh den linken kleinen Zeh leicht nach innen. Saug den Nabel Richtung Wirbelsäule, um nicht ins Hohlkreuz zu sinken. Halte hier für einen Atemzug noch. Mit der nächsten Einatmung richte dich langsam nach oben auf in den Stand. Zieh dein linkes Knie zur Brust. Arme nach oben zur Decke. Mit der Ausatmung bring nun dein linkes Fußgelenk auf dein rechtes Knie, den Oberschenkel. Und setz dich mit dem Po weit nach hinten und unten in deinen Hüftöffner hinein. Bring die Hände vor dein Herz oder leg die Unterarme auf deinem linken Schienbein ab. Der linke Fuß ist geflext, um dein linkes Knie zu schützen. Und atme tief in diese Hüftöffnung auf der linken Seite hinein. Noch zwei Atemzüge hier, ganz für dich. Mit der nächsten Einatmung richte dich langsam wieder nach oben auf in den Stand. Zieh dein linkes Knie zur Brust. Arme sind nach oben zur Decke gestreckt. Pointe den linken Fuß. Und von hier aus fließ zurück über den Krieger 3 nach unten in den Standing Split. Linkes Bein lang gestreckt nach oben. Achte darauf, dass deine Hüfte hier nicht zu sehr geöffnet ist, sondern lass die Hüfte eher geschlossen, auch wenn dein Bein dadurch vielleicht nicht ganz so hoch kommt. Atme nochmal tief ein. Ausatmen. Mach mit links einen großen Schritt zurück und tritt in den herabschauenden Hund. Sehr schön. Schieb abwechselnd die Fersen in die Matte hinein. Walk the dog. Dreh dich etwas nach rechts, nach links. Und mach dich bereit für die andere Seite. Atme ein. Heb dein linkes Bein nach oben. Ausatmen. Tritt mit links an den Anfang der Matte. Einroll die Schultern zurück. Arme sind lang nach hinten gestreckt. Saug den Nabel ein und heb den Bauch vom Oberschenkel ab. Zieh dich über den Nacken lang nach vorn und verlage dein Gewicht in dein linkes Bein. Wander mit dem rechten Fuß näher zu dir ran und dann heb ab in den Krieger 3 auf dieser Seite. Wenn dein linkes Bein jetzt schon müde ist, vielleicht auch leicht zittert, das ist völlig okay. Zieh den Nabel Richtung Wirbelsäule, um den unteren Rücken zu schützen. Mit der nächsten Einatmung richte dich nach oben auf in den Stand. Ausatmen. Leg dein rechtes Fußgelenk auf den Oberschenkel oberhalb des Knies ab. Flex den rechten Fuß. Und setz dich mit dem Po nach hinten in deinen Hüftöffner hinein. Dein rechtes Knie schiebt nach unten Richtung Boden, um so die Hüfte noch mehr zu öffnen. Hände sind vor dem Herzen aneinander. Oder wenn du möchtest, leg die Unterarme auf dem Schienbein ab. Neh dich dabei leicht nach vorn, um die Dehnung zu intensivieren. Atme. Finde Ruhe in dieser Asana. Auch wenn du hier die Balance halten musst, was vielleicht noch ein bisschen anstrengend ist. Richte deine Aufmerksamkeit ganz auf die Dehnung in deiner rechten Hüfte. Und dann langsam richte dich von hier aus nach oben auf in den Stand. Rechtes Knie zur Brust. Pointe den rechten Fuß. Ausatmen. Fließ zurück über den Krieger 3 in den Standing Split. Versuch deine rechtes Knie hier komplett durchzustrecken. Den Fuß spitz zu pointen. Und hier Länge im rechten Bein zu kreieren. Bis in die vordersten Fußspitzen. Genau. Atme nochmal tief ein. Und Achtung. Mit der Ausatmung beug dein linkes Bein und bring dein rechtes Knie an die Außenseite des linken Fußes zum Boden. Bring den Po zur Matte. Linker Fuß ist an der Außenseite des rechten Oberschenkels. Und wenn du möchtest, streck dein rechtes Bein. Sollte sich dieser Sitz nicht ganz so bequem und angenehm anfühlen. Greif mit dem rechten Arm um dein linkes Knie. Zieh dein Bein näher zu dir ran. Atme ein. Heb den linken Arm zur Decke. Ausatmen. Dreh dich auf nach links in den Twist. Ein. Finde mehr Länge über den Nacken nach oben. Ausatmen. Komm mehr in die Rotation. Ein. Und aus. Ein tiefer Atemzug hier. Und dann von hier aus dreh dich einmal zur rechten Seite als sanfte Gegenbewegung. Und als direkten Übergang zur anderen Seite. Wande nun mit den Händen weiter rüber nach rechts einmal komplett um dich herum. Und finde es so wieder ins Sitzen. Dein rechtes Bein sollte nun über deinem linken sein. Umarm mit dem linken Arm nun dein rechtes Knie. Zieh dein Knie zu dir ran. Finde Aufrichtung. Atme ein. Streck den rechten Arm lang nach oben. Und ausatmen. Dreh dich auf nach rechts in den Drehsitz auf dieser Seite. Einatmen. Länge über die Kopfkrone nach oben. Ausatmen. Komm mehr in den Twist. Ein. Länge. Und ausatmen. Sanfte Rotation. Und dann dreh dich einmal rüber nach links. Sanfte Gegenbewegung zum Twist, um die Wirbelsäule zu neutralisieren. Und finde wieder nach vorn zur Mitte. Löst die Beine. Klopf die Oberschenkel etwas aus. Locker alles auf. Und von hier aus finde in eine Grätsche. Beine weit auseinander. Und winkel dein linkes Bein vor dir an. Atme ein. Heb den linken Arm lang nach oben. Ausatmen. Lehn dich mit ganz viel Länge zur rechten Seite. Dreh die linke Körperseite mehr nach oben auf. Und atme in diesen Side Stretch auf der linken Seite hinein. In diese Länge. Einatmen. Komm zurück zur Mitte. Und wechsel auf die andere Seite. Streck dafür dein linkes Bein weit nach außen. Rechtes Bein vor dir angewinkelt. Heb mit der Einatmung den rechten Arm lang nach oben. Ausatmen. Lehn dich weit rüber nach links. Und dreh die rechte Flanke mehr nach oben auf zur Decke. Ein. Ausatmen. Lass dich tiefer in den Side Stretch hineinsinken. Wunderbar. Komm langsam wieder zurück zur Mitte. Strick nun auch dein rechtes Bein weit zur Seite. Für die sitzende, gekrätschte Vorbeuge. Zieh gern die Po-Backen nochmal nach hinten raus, um etwas aufrechter zu sitzen. Flex die Füße. Mit der Einatmung finde mehr Länge und Aufrichtung im Oberkörper. Mit der Ausatmung tappst du mit langem unteren Rücken aus der Hüfte heraus. Vorsichtig auf den Fingerspitzen nach vorn. Versuch hier mehr den Bauchnabel anstatt die Brust zum Boden zu bringen, um dich so wirklich aus der Hüfte heraus nach vorn zu lehnen. Wenn du möchtest, kannst du die Unterarme auf einem Block abstützen, vielleicht sogar ganz zum Boden bringen. Vielleicht kannst du sogar den gesamten Oberkörper auf dem Boden ablegen. Es spielt hier absolut gar keine Rolle, wie die äußere Form in dieser Asana aussieht. Schick deinen Atem ganz liebevoll durch deine Beinrückseiten, in deine Hüften und genieß diesen Stretch ganz für dich. Langsam schieb dich wieder zurück nach oben. Schließ vorsichtig deine Beine. Gern nochmal kurz ausschütteln. Und dann leg nun dein linkes Schienbein angewinkelt vor dir auf die Matte, sodass dein linkes Schienbein parallel zum vorderen Mattenrand ist. Linker Fuß geflext. Und leg den rechten Fuß auf dein linkes Schienbein oben drauf. Flex auch den rechten Fuß. In der Aufrichtung, in deinem Sitz, stütz dich gern mit den Händen seitlich ab. Und wenn du möchtest, bleib einfach hier in diesem Sitz. Es kann schon intensiv genug sein in der Hüfte. Atme hier ganz ruhig und gleichmäßig in die Dehnung, in deinen Hüftöffner hinein. Wenn du mehr willst, kannst du gern mit langem unteren Rücken mit den Händen nach vorn tapsen, ähnlich wie eben in der gegrätschten Vorbeuge. Und dich so noch mehr in deinen Hüfteöffner hinein lehnen. Mach hier ganz für dich und mach deine Yoga-Praxis daraus. Alles, alles kann, nichts muss. Bewege mal etwas den Kiefer, um nicht zu verkrampfen. Und atme. Atme. Langsam schieb dich wieder zurück nach oben. Lehn dich etwas zurück, um die Beine aufzulösen. Wenn du möchtest, bewege kurz die Knie, die Beine windmühlenartig von rechts nach links. Und mach dich bereit für die andere Seite. Rechtes Schienbein liegt nun parallel zum vorderen Mattenrand auf dem Boden. Leg dein linkes Bein oben drauf. Beide Füße sind geflext. Finde ganz viel Aufrichtung und Länge im Oberkörper. Kinn leicht zur Brust für einen langen Nacken. Und auch hier bleib entweder einfach im Sitzen. Atme in die Dehnung deiner Hüfte hinein. Oder wenn du möchtest, wandere auch auf dieser Seite auf den Fingerspitzen Stückchen für Stückchen nach vorn, um die Dehnung in deiner Hüfte zu intensivieren. Achte darauf, dabei die Länge im unteren Rücken zu behalten. Und lass die Füße die ganze Zeit geflext. Genau. Vielleicht fühlt sich diese Asana ein bisschen ungemütlich und auch nicht besonders bequem an. Es ist völlig okay. Versuch hier, jeden Atemzug immer länger und immer tiefer werden zu lassen. Und so immer mehr Entspannung in diesem Hüftöffner zu finden. Und langsam schieb dich wieder zurück nach oben. Lehn dich etwas zurück. Löse die Verschränkung deiner Beine. Gerne nochmal kurz Beine ausschütteln. Windmühlenartig von rechts nach links bewegen. Und dann für den Tisch, bring die Hände hinter dich ungefähr schulterbreit auseinander zur Matte. Finger schauen zu dir. Füße sind Hüfte, Füße sind hüftschmal aufgestellt. Und mit der nächsten Einatmung schieb dein Becken nach oben in eine Linie mit deinen Beinen und dem Oberkörper. Atme tief in die Länge deiner gesamten Körpervorderseite hinein, in die Weide deines Brustraums. Spür die Dehnung in den Schultern, deinen Armen. Halte noch für zwei tiefe Atemzüge hier. Letzter Atemzug tief, tief ein. Und ausatmen. Bring dein Becken vorsichtig nach unten zur Matte. Greif in die Kniekehlen und roll dich direkt Wirbel für Wirbel nach unten auf die Matte ab. Leg die Arme seitlich von dir weggestreckt auf den Boden. Heb die Beine an für die liegende Drehung. Ruckel die Hüfte ein Stückchen nach rechts. Und lass die Knie dann rüber zur linken Seite sinken. Leg gern die linke Hand auf deine Knie, um die Drehung zu verstärken. Dein Blick geht rüber zur rechten Hand. Und schließ deine Augen. Gib nach. Lass dich schwer und weich in diese liegende Drehung sinken. Und dann komm langsam. Wieder zurück zur Mitte. Ruckel die Hüfte nach links. Und lass die Knie zur rechten Seite sinken. Auch hier, wenn du möchtest, leg gern die rechte Hand auf deine Knie. Dein Blick geht zur linken Hand. Und schließ auch hier deine Augen. Und schließ auch hier deine Augen. Binde immer mehr zur Ruhe in dieser abschließenden, liegenden Drehung unserer allerletzten Asana vor der Schlussentspannung. Langsam finde wieder zurück zur Mitte. Ruckel die Hüfte gerade. Und dann streck ein Bein nach dem anderen nach vorne aus. Atme nochmal tief durch die Nase ein. Und vollständig durch den Mund wieder aus. Werde leer. Gib ab. Und dann lass dich hier in den nächsten zwei bis drei Minuten in deine wohlverdiente Schlussentspannung sinken in den Boden hinein. Beobachte, wie deine Beine immer schwerer werden. Entspann die Füße und Fußgelenke. Deine Waden. Jeden einzelnen Muskel um deine Knie herum. Die Oberschenkel. Die Oberschenkel. Und wieder ganz satt auf der Matte liegst. Und nimm wahr, wie sich dein Bauch mit jedem Atemzug ganz von alleine sanft hebt und wieder senkt. Spür den Raum in deinem Brust- und Herzraum. Wie deine Schultern weich und weit Richtung Boden sinken. Entspann die Oberarme, die Unterarme, deine Handflächen und jeden einzelnen Finger. Entspann den Nacken. Spür die Schwere deines Hinterkopfes am Boden. Löst die Zunge vom Gaumen. Lass sie nach unten sinken für einen freien Rachen. Und nimm hier alle Mimik aus deinem Gesicht raus. Der Bereich zwischen deinen Augenbrauen ist entspannt. Dein sogenanntes drittes Auge und deine Stirn ganz glatt. mit jeder Einatmung lass und mit jeder Ausatmung immer mehr los. Lass los 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 die bei die mit die Untertitelung des ZDF, 2020 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 Beobachte, wie sich dein Körper, dein Geist jetzt anfühlen, nach dieser intensiven, 60-minütigen Yoga-Klasse. Nimm wahr, was sich verändert hat, wo in deinem Körper nun vielleicht mehr Raum statt Enge herrscht. Dann schenk dir ein ganz liebevolles Lächeln in Dankbarkeit dir selbst gegenüber, dafür, dass du dir die Zeit für dich genommen hast. Bring die Handflächen an den Punkt zwischen deinen Augenbrauen aneinander für klare Gedanken, an deine Lippen für ehrliche Worte und an dein Herz. Möge dein Herz dich stets leiten. Vielen Dank fürs Mitmachen, für die gemeinsame Praxis. Vergiss nicht dem Video einen Daumen nach oben zu geben und auf Abonnieren zu klicken, um mich kostenlos zu unterstützen. Vielen Dank. Bis zum nächsten Mal. Namaste.